In diesem Video möchte ich zeigen, wie man mit dem EL9900G Tangenten zeichnen kann und deren Gleichung bestimmen kann. Ich habe hier eine Funktion eingegeben und diese betrachten wir mit Graph. Um die Tangente an einer bestimmten Stelle zu zeichnen, rufe ich zunächst Second Calc auf und wähle den ersten Befehl Value. Hier kann ich direkt einen x-Wert ansteuern, zum Beispiel 4, wenn ich die Tangente an der Stelle x ist gleich 4 anlegen möchte. Nun ist der Kürse genau an der Stelle 4 und ich betätige Second Draw und anschließend das Untermenü A Draw und wähle den fünften Befehl T-Line. Jetzt könnte ich mit den Kürse-Tasten noch hin und her, aber ich habe direkt schon die Stelle angewählt, die ich haben möchte mit Value. Deswegen betätige ich nur noch Enter. Die Tangente wird gezeichnet und hier am unteren Bildschirmrand wird die Tangentengleichung angezeigt. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Bis zum nächsten Mal.